Ja, und den Kopf gegen die Wand schlage. Irgendwas Schönes und dann schläft man besser. Dann schläft man eigentlich ganz gut, oder? Wenn wir Killer wären, würde man uns das doch ansehen, oder? Wir sind zwei ganz normale Jungs. Denken nicht ans Töten. Wir rücken. Schade. Schade. Wir sind müde. Ja, wir sind müde. Wir sind müde, dass er dein Test ist. Deine Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Männer, ich mache aus euch eine einsatzfähige Truppe für diesen Krieg. Wir schwören deshalb gemeinsam Feuer zu unserer Bundeskanzlerin. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich sagte, wir sind nicht zum Spaß hier. Ich pferde jeden Griff nach seinem Schwert, denn ganz schnell rückt man aus der Schalz. Ich gehe dir wie auch die Leute, die den Anlöte verschneiten, zwar für wahr ein schöner Tag. Wenn er den Händen abgeschickt, dann wird er das Feuerschwert erheben und er wird dem Bösen den Schädel schweigen. Als eines seiner Geschöpfe wird Gott den Engel Gabriel schicken und er wird Menschengestalt annehmen und er wird das Böse ausrotten, das zwischen mir selbst und Gott steht. Das Böse muss mit einem Feuerschwert ausgerottet werden. Ganz Widerschwert ausgerätten, nach de boatswai. Quäse wird's jetzt gerade ausgeματα, wird das Böse ausgerätten tulem. Untertitelung des ZDF, 2020